ARD Text im Auftrag von Funk Hallo und willkommen zu deiner neuen Runde, es dauert so unter anderem PvP. Wir spielen auf, warum ist das so laut? Und die Musik ist irgendwie sau laut. Also wir spielen wieder Odessa. Ja, ich wollte eigentlich was anderes aufnehmen, aber wenn gerade PvP kommt, dann nehme ich es auch gerne mit. Äh, ja. Oh verdammt, ist die Musik so laut oder warum liegt das? Nee, die ist leise. Einfach kurz die Quest noch annehmen. Äh. Will der jetzt hier abschalten oder nicht? Was macht das irgendwie sau laut auf meinen Kopfhörern? Die musst du mal ein bisschen leiser stellen. Ist echt gar nichts mehr, toll. Egal. Zum Beispiel die Gegner jetzt hier zu dritt, oder was? Was ist denn so viel Scheiß, bitte? Kann man nicht um die Zeit mehr in PvP kriegen? Oh Gott, ey. Ich gehe das Spiel anscheinend noch zu dritt, oder so. Was, das ist ein Blödsinn. Oh Gott, ey. Also warum muss man da immer so lange warten? Gut, jetzt macht es sogar Sinn, um noch auf ein paar Leute zu warten, aber... Ich hoffe mal, dass die Gegner die anderen... Hi. Ich gehe einfach mal nach oben. Der holt sich das Teil... Ich gehe einfach mal hier hin. Ich gehe einfach mal hier hin. Das Teil haben wir schon mal. Oh, die Gegner sind jetzt zu viert Wow, ich denk mal, dass es die Gegner sind Warte, ich guck mal ganz kurz Äh, wie heißt der Typ? Oh, jetzt seh ich's hier nicht, da Meire Da Okay, jetzt sind die Gegner Aber warum kann ich jetzt ja nicht mehr in PvP kriegen Dafür sind wir grad am Gewinn Ja gut, ist aber auch klar Also ist aber auch unfair Ich spiel in der Überzahl mit extrem viel Überzahl Und wenn ich mal als if you play mal ein Überzahlspiel Das hab ich auch selten Ich brauch mal Speed oder sowas Haben wir hier keine Ich frag jetzt mal, ob die Gegner da zu viert sind Ich denk mal, das werden die Gegner hier sein Oh, das ist ja fies, ey Ja gut Gold muss halt sterben Das wird eine sehr tolle Runde werden Aber ich werd's trotzdem hochladen, weil's einfach Auf dem Stern trotzdem Guck mal hier Wow, wir sind jetzt zu acht Wow Das ist sowas von fies einfach nur Kontrollpunkte sind deaktiviert Konzentriert bleiben Auch 135 Punkte, yeah Guck mal, dass jetzt hier noch einer kommt Nee Was da hinten hin, scheiße Hoffentlich kommt jetzt die Aktivierung Das wär's mega geil Oh, kommt jetzt hier nix Ich geh mal nach da Da scheint nix zu sein Ja, da ist auch keiner Ich geh mal hier rein Oh, ist ja auch mal schön, mal in Ruhe zu spielen Was, aber die Gegner irgendwie total schlecht Oder irgendwie sowas Ich geh das anscheinend nur zu dritt Oh, das ist ja mega fies, ey Also, man könnte ja sich besser aufteilen Dass irgendwie Wenn bei solchen Angelegenheiten Dann würde ich das dann so machen Dass dann Einer von uns so bei denen mitspielen kann Weil das ist doch Blödsinn Das ist einfach nur dumm Muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen Oh Boah, die gegner an Punkte Yeah Und die gegner am Speed Oh Sie werden besser Also ich denk mal Das werden die Gegner sein Der andere Typ war das Also würde das gar keinen Sinn machen Kontrollpunkte deaktiviert Haltet Ausschau nach neuen Punkten Mal gucken, ob es hier wieder aktiviert wird Kampfmodifikationen verfügbar Holt sie euch Komm, ich brauch mal eine Aktivierung hier Kontrollpunkte wurden aktiviert Aktivierung, yeah Geil Ich geh mal wieder hier hin Oh Wir haben sogar noch Speed drauf Yeah Das ist sowas von dumm einfach nur Ja gut, wenn das so schnell geht Dann können wir gleich noch eine dritte Runde ranhängen Ich kann ja auch leider gerade nicht weg Sonst würde ich hier schnell Speed holen Aber dann würde der Punkt weggehen Ja, das macht keinen Sinn Könnte ich mich hier schnell hin? Ich kann nicht nix Ja gut, hab ich es geschrieben Oh, die Gegner haben einen Punkt eingenommen Nein Kontrollpunkte deaktiviert Haltet Ausschau nach neuen Punkten Ich hole mal jetzt mal die Modifikation da hinten Die brauche ich Die will ich haben Kampfmodifikationen verfügbar Holt sie euch Boah, ein Gegner Ich konnte da nicht Ich konnte da halt einfach nicht hoch Aktiviere Kontrollpunkte Sichert sie für euer Team Boah, Alter Der steckt mich ja kaputt hier Oh, ich werde sterben Nein Komm, der Gegner ist wieder hoch Ich hätte hier hingehen sollen Das war schlecht Jetzt kriege ich auch noch diese Scheiß Aktivierung Die ich nicht haben will, Mann Ich hab doch die Heilung gedrückt, Mann Komm, hau ab Ja Tobiolat, euer Sieg gibt mir Hoffnung Diesen Krieg zu gewinnen Ja So, wen gebe ich dir jetzt die Stimme Boah Geil Aber das war aber auch unfair Das muss ich erstmal gar nicht ehrlich sagen Das war einfach nur fies Aber warum kann man denn den Blizzard nicht mehr kriegen, ey Warte, wen gebe ich denn jetzt mal Boah, ich hab Eben Medaillen Ich bin unschlagbar Boah, er hat sogar vier Leute getötet Krass Ey, hier sogar sieben Krass Gebe ich ihm Yeah, ich hab auch eine Stimme bekommen Okay Aber ich hab am meisten fürs Ziel gearbeitet Komm Jetzt laber bin ich dazwischen Aber das muss man sich echt mal loben Gott, einiges sind von uns sogar gestorben wie die Gegner Aber die sind doch auf die gestorben Ich schau auch sehr viele um Ich kann die so viel getötet haben Ja gut Ähm, lassen wir das jetzt erstmal Und Scheiße, da nicht Da muss ich raus Okay, dann war's bei der Folge Bis bald Bis bald